Eine dieser linken Organisationen ist die Amadeo Antonio Stiftung. Es wurde schon gesagt, dort wurde die Meldestelle Antifeminismus eingerichtet und vom Familienministerium gefördert, das, naja, vielleicht Gottlob jetzt gerade nicht anwesend ist. Ein Denunziationsportal, wo zum Beispiel in der Genderideologie kritische Meinungen gemeldet werden sollen. Es ist eine Meldestelle, mit der Frau Paus das Ziel verfolgt, das Volk zu bespitzeln und mundtot zu machen. Dieses staatlich geförderte Denunziantentum unter Vorsitz der Stasi-Schergin Kahane. Wer das als Demokratieförderung bezeichnet, der zeigt eigentlich nur seine eigene verwahrloste Haltung zur Demokratie. Kommen Sie bitte zum Schluss. Die Menschen, aber die es wagen, dem linken Totalitarismus entgegenzutreten, das sind die wahren Verteidiger der Freiheit, die wahren Verteidiger unserer Demokratie. Die Feinde der Demokratie und der Freiheit sitzen dort auf der Regierungsbank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.